Jetzt mal Klartext. Das ist genau das, was die Belegschaften einfordern. Im Bereich der Nachhaltigkeit, wie wir wirtschaftlich wirklich stehen. Wo ist das Unternehmen politisch verortet? Die Unternehmen sollen Orientierung geben. Sie sollen glaubwürdig die Zukunft erklären. Und genau das haben wir uns auch zum Thema genommen. Jetzt mal Klartext, wie wir glaubwürdig die Zukunft erklären. Melden Sie sich gleich an unter barcamp-chemie.de Und kleiner Tipp, in dem Video verwende ich das i. Auf dem Barcamp gilt das du. Danke.